Hier haben wir nochmal eine kleine Prediction zum Team of the Week, was kommen könnte am Mittwoch. Ich glaube aber nicht, dass... Ja, Salah müsste eigentlich auch... Es müssten mehrere... Ich finde, es müssten mehrere Liverpool-Spieler in Form kriegen. Salah zum Beispiel natürlich. Gakpo hätte sich einen verdient gehabt. Aber Salah wäre schon gut, weil der ist... Wird da bestimmt ein bisschen was wert sein. Wäre schon, glaube ich, ganz nice. Würde ich auf jeden Fall mal gönnen. Aber Diaby, weiß nicht, ob der einen bekommt. Ederson. Die hätten diese Woche auf die Kacke hauen können, ne? Die hätten einfach diese Woche... Ja, Nunes wäre auch geil. Die hätten einfach diese Woche Mbappé und Messi machen können. Aber haben sie nicht gemacht. Leider nicht.